Freunde, es ist wieder soweit. Oh Mann. Oh Mann. Olaf, Helmut, alle am Start. Ich kann es nicht fassen. What the fuck, Digga. Meine Base sieht an Tag, was haben wir? 6? 5? I don't know. Tag 5 oder so. Immer noch scheiße aus. Bruder, ganz übles Ding. Mein Portal, wir haben gestern Dinge versucht, bro. Heilige Scheiße. Wir hatten hier so einen Totenkopf drum. Das war scheiße, das haben wir abgebaut. Heute ist aber ein wichtiger Tag, Freunde. Wir haben jetzt so roundabout 7 Stunden Zeit. Ab jetzt. Und dann kommt Fabo wieder zur Bewertung. Wir müssen heute, ja. Digga, wer ist er? Bro, wer ist er? Bro, wer bist du? Wo kommst du her? Digga, No-Joke halbe Zoo hier inzwischen. Freunde, wir haben anscheinend ein neues Haustier direkt zum Anfang. What the fuck? Bro, mit Schnodder-Nase auch noch. Auf eklig. Okay, wollen wir direkt einen Name-Tag holen und ihn benennen? Ich glaube, ja, oder? Ach, da. Oh mein Gott, Digga, ich dachte schon. Wie nennen wir den? Boah, schnoddrige Nase? Wir dachten WLAN, weil der immer so eklig hustet. Ich habe heute eine Nachricht bekommen, dass jemand den Stream gewechselt hat, weil WLAN die ganze Zeit die Nase hochzieht. Na ja, perfekt, Digga. Und da haben wir den Namen. Ladies and gentlemen, ich darf euch präsentieren. WLAN-Welte. Jetzt auch in unserer Base. Okay, Freunde, der Server war ganz kurz down. Währenddessen hat Hugo uns erzählt, dass er sich ab 18 Uhr für 400 Euro jagen lässt. Das heißt, wer auch immer ihn killt, um 18 Uhr, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr, kriegt 400 Euro bzw. 100 Subs. Es wurde aber nicht gesagt, dass man sich nicht abteamen darf. Und deswegen teamen wir mit NoReacts und werden Hugo killen um 18 Uhr. Was ist der Plan? Also, als erstes müssen wir uns treffen. Ich glaube schon. Eine Nachricht von MuffinMC rein. Dings, Komma. Du weißt, dass Kevin dir keine Hilfe sein wird, ne? Er zieht dich nur runter und geilt auch noch die Subs. LOL. Verstehe ich nicht? Bro, am Ende des Tages, ja? Selbst wenn ich nur einen einzigen Axtschlag auf Hugo lande, okay? Könnte das der entscheidende Axtschlag sein? Ich sage ehrlich, ich bin, glaube ich, besser als Hugo, aber Hugo ist kein schlechter Spieler, weißt du? Ja. Guck in die obere Kiste. Hab, danke. Ja, und hallo, eine Reaktion auf das Zeugmeister drin liegt? Wow! Damit können wir... Yo, Lil Bro ist stacked. Okay, wir brauchen mehr Enderperlen. Stacked. Wir brauchen mehr Enderperlen. Guck die Endcrystals an. Mehr Enderperlen wichtig, ja. Wofür sind Endcrystals? Ist das Explosion Damage? Das wollen wir mal ein testen. Ja. Und der steht, und ich jetzt drücke, du lebst, du lebst. Aber, sobald man auf der Höhe von dem Ding ist, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den zünden würde, ich bin tot. Guck, tot und gepoppt. Okay. Mein Bodyguard. Bro, wer ist er? What the fuck? Rudolf, Rudolf, lass ihn, ich kenne ihn. Er ist ein Bruder, Rudolf. Rudolf, fahr dich runter. Deine Frau hat doch gemeint, kein Alkohol mehr, Rudolf. Rudolf, Alter. Rudi, das bist nicht du, Rudi. Rudi, ich will dich in den Helden. Ich muss Rudolf töten. Nein, Rudolf. Oh, mal gucken. Rudolf gibt ja aber Hartbar. Digga, die Bombe. Und das ist unser Asselmehrmilch. Und wir brauchen auch mehrere Totems. Wir sollten auf jeden Fall nochmal in die Totem. Wir müssen den Österreicher anhauen. Okay, ich mach das, ich mach das. Ich weiß, wie alles geht. Ich kümmere mich um die Totems. Weni, ich brauche mal ganz kurz deine Hilfe, Bro. Ich bin gerade bei der Raidfarm und ich bräuchte die gerade. Dieser graußer Betrieb. Komplett. Komplett. Darunter gefallen. Mitarbeiter streiken. Brauchst du Emeralds oder Totem? Was brauchst du? Totem. Viele. Ja. Was braucht der? Zehn Totems. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich brauche zehn Emeralds, meinte ich. Zehn Emeralds. Hab mich verbraucht. Ah. Boss. Beni, du bist der Beste. Aber jetzt mal ganz kurz in der Tat. Wie viel Totems hast du jetzt? Achso. Nein. Fapse. Oh. Was geht, Arschloch? Was geht, Bruder? Ey. Hey, ähm, du hast mitbekommen von der Hugo-Thematik, right? Mhm. Was ist da so, was ist da so, you know, was ist da dein Plan? Ähm, mich interessiert der Wichser nicht. Der sitzt im Fluh und schreitet in den ganzen Tag, Alter. Ich hab keine Lust mehr auf den. Muss ich den in dem Game auch noch ertragen? Ja, aber wollen wir den töten? Ähm. Mach wir? Du? Naja, Norex und ich. Was für, Bro, WTF, was für ich? Norex und ich sind zusammen ein Team schon. Und es könnte vielleicht sinnvoll sein, jemanden. Ich hab's auch, oder was? Ja, genau. Es könnte vielleicht smart sein, jemanden vor Ort zu haben. Verstehst du, wie ich meine? Ja, aber ich kann da nicht hingehen und den dem Stecker ziehen oder so. Den Monitor ausmachen, weißt du? Oder schon. Aber ihn festhalten. Aber das ist ja scheiße. Mach ein ehrliches Eins-Vers. Verstehe, ja, ja, das ist ja scheiße. Das war schon ein bisschen los, oder? Nee, nee, true, true. Ich find's übrigens frech, dass jemand wie Dude meine Base bewährt ist, Digga. Du hast einen riesigen fucking Donut gebaut bis jetzt, Bro. Männer, ich hab schlechte Nachrichten. Warum? 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 Wir haben meinen bester und geschätztester Freund, der mich in schlechten Tagen und in guten Tagen begleitet hat. Cast Crafter. Heiko Cast Crafter. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Hat sich der dunklen Seite der Macht angeschlossen. Ist sein Bodyguard. Er ist Team Hugo. Ja, er ist Team Hugo. Ja, aber Heiko hat seine Fähigkeiten durch mich erlangt. Wisst ihr, ich war sein Meister. Er war mein Jüngling. Ich hab ihn gelernt, die Macht zu benutzen, weißt du? Und jetzt twistet er, jetzt wechselt die Seite. Kämpft er mit Hugo, oder was? Ja. Er wird sein Bodyguard sein. Das Ding ist, ich kenn Heikos Schwächen. Es ist die Genitalregion. Er ist extrem schmach aufgestellt. Nein, 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 es sind Farben, es sind Farben, es sind Farben. Es sind Farben, okay. Wir machen Grasblock hin, aber es ist TNT. Stimmt, er ist farbenblind. Er ist farbenblind. Wir machen Grasblock hin, aber es ist TNT. Er sieht sehr, geht in die Luft. Wir müssen ihn psychologisch fertig machen, wegen seiner Farbenblindheit, Jungs. Die ganze Zeit drüber reden. Ja, ja, ja. Wir sagen die ganze Zeit, Wetter draußen ist grün, aber es ist rot und dann explodiert alles. Lass T-Shirts bestellen, die Farbenblindheit nicht lesen können. Ja, Hammer, Bro. Ey, Hugo. Aha. Was machst du schon wieder hier, hm? Was machst du hier? Willst du dich nicht lieber... Du klausst überall, du kriegst gratis Sachen überall. Überall, überall. Oh mein Gott, du. Tigger, willst du dich nicht lieber irgendwo schon mal verstecken, Arschloch? Warum? Ich entscheide, wann es losgeht. Es ist nicht 18 Uhr fest. Doch, hast du gesagt. Ich habe es auf Band. Ja, ungefähr 18 Uhr. Nö, ich habe es auf Band, 18 Uhr. Hast du ein bisschen Essen? Ab 18 Uhr. Nee, ich rede nicht mehr mit dir. Ich habe immer Essensprobleme, aber das ist nicht anstrengend. Danke dir. Basti, hallo. Hey. Hey, Papa Platte. Wie geht's dir, Großer? Hey, Papa, Papa. Ich habe gehört, du bist ein Krieger. Ja, und du kannst es auch sein. Oh nein, ich traue mich nicht. Basti, wir brauchen dich im Team. Wir dürfen nicht zu laut reden, wir dürfen hier nicht zu laut reden, weil hier ist der ein oder andere. Nee, und ich sage euch ehrlich, das wird richtig spannend. Hugo ist nämlich so gut, dass ich glaube, mit einem 3 gegen 1 schon fair ist. Also, ich meine, das muss ja nicht fair sein. Zeig mal, was du ein bisschen drauf hast. Zeig mal ein paar Moves mit der Faust. Komm, zeig mal ein bisschen. Boah, bist du bereit dafür? Komm mal her. Boah. Bro, Hilfe, was ist das für ein Movement? Oh mein Gott, der Uppercut, Uppercut. S drücken, S drücken, S drücken, S-Tap, 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 Double-Tap, komm. Ach, Sprint, wie gesagt, komm. Gib mir mehr. Hallo. Stark. Sehr gut Kevin, du bist warm. Hey, 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 hey! Kevin, der Drank hat deine Rüstung. Die ist echt kaputt. Kevin, die geht kaputt. Hallo, ist der noch da? Ich sag euch, dass ihr das hinbekommt. Der ist so im Tunnel, ne? Leute, ich hab euch kurz nicht gehört. Bist du ausgefällig? Sorry Leute, ich mach kurz weg. Der Ted-Set abgenommen, hat sich da hingestellt. Ich war woanders. Bro, hast du gerade Take Aim bekommen als Achievement? Ich hab gerade mir einen Bogen geholt. Bro, du hast zum ersten Mal geschossen und willst jetzt... Warte mal, hast du einen Waffenschein? Ein Zivilist! Zivilist getroffen! Zivilist getroffen! Oh ne! Kevin, keine Zivilisten! Mann, Kevin, das war... Hey, du hast meinen Bruder getötet, du Arschloch! Nur kleiner Wichser! Ey, ich schwöre... Farbe hat Verstand verloren. Aber würde ich auch, wenn ich seit drei Tagen irgendwie neben Hugo da sitzen müsste. Basti, ich sag dir so wie es ist. Yes. Schließ dich an. Ne Bro, retalk nicht. Das glaub mir. Das kann er nicht machen. Es ist 18 Uhr, er wird jeden Moment schreiben, dann geht's los. Okay! Es geht los! Der Erste, der mich innerhalb von zwei Stunden tötet, bekommt 100 Subs. Ab jetzt! Kevin, hast du noch Totems? Es geht los! Ich hab noch Totems! Hier sind zwei Totems! Mir hinterher, Männer! Männer, mir hinterher, folgt mir Jungs! Let's go! Wir ziehen in den Krieg! Wir müssen noch gucken, wo er ist! Das ist so Avengers-Shit, das wir hier gerade so durch... Wir sind in die falsche Richtung! Hier ist nicht die Pilzinsel, ihr Vollidioten! Doch! Okay, war ein Test, war ein Test, ob eure Sinne scharf sind! Eure Sinne sind scharf! Ist er hier reingegangen? Er ist unten im Nether? Unter Nether-Decke? Er kann das Bettbomben. Ich glaube, er geht hinten irgendwo rein? Ja, er geht irgendwo hin. Das macht keinen Sinn, den nachzulaufen, da so viele Pearls. Ich badbombe! Er badbombe! Er badbombe! Achtung! Schön, schön, schön! Oh mein Gott! Schön! Schön! Er muss Slow sein! Der ist Slow! Der ist Slow! Ich schau kurz! Welchen Kott hat er hier? In der Perse haben wir rechts! 270! Er wird durch Fortal gehen! Achtung! Geht nicht, ich bin hinter ihm! Aber wir müssen hoch, wenn er durch Fortal geht! Wir sind Close, wir sind Close, wir sind Close! Der ist hier unten, Revi! Der Pearl wieder weg! Ich geh über oben, ich geh über oben! Der ist doch mal! Der ist doch mal! Digga, wir werden hier in solche krassen Distanz einfach runter! Er ist irgendwo beim Basalki, oder? Ja, er läuft da unten. Ja, er purt die ganze Zeit, purt die ganze Zeit! Wo ist er denn? Oh mein Gott! Alter, da laufen 50 Mann, ich weiß nicht wer wer ist! Da unten, da unten, Farber da unten, hast du gesehen? Ja, das... Sorry! Ich hab jemanden abgeschossen! Mein Bad, mein Bad, mein Bad! Ich komm von oben, ich komm von oben! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Durchs Portal! Durchs Portal! Check, check, check! Check! Nein, das Portal, ich war da grad drin! Er hat unten das Portal gesprengt, da ist ihm zu oben Neues aufgegangen! Er wird irgendwo unten sein! Er wird nicht irgendwo hochkommen, Jungs! Er baut sich hoch, er baut sich hoch! Sieg, 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 sieg! Sieg, 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 sieg! Alle runter, alle runter! Ich bin direkt unter ihm, Leute! Ich bin direkt unter ihm, ich bin direkt unter ihm, Leute! Ey, spreadet euch mal hier und bleibt mal einander! Achtet aufs Wasser! Er wird nen Trident haben! Er will zum Wasser! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Für alle, die nicht da sind! Er hat keine Schuhe! Er ist wieder im Wasser! Er geht Richtung Norden! Er will aufs Wasser! Vielleicht geht er zurück zum Portal! Vielleicht geht er zurück zum Portal! Digga, ist das spannend! Palorn! Palorn! Ey, ey! Wir sind gut in der Zeit! Er hat erst 20 Minuten rum! Er muss noch so viel! Stunde 40 oder so! Komplett übers Wasser, ne? Komplett übers Wasser! So, oh ja! Wasser, 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 Wasser! Ohne Trident kriegen wir nicht gecatcht! Sieht auch alle Trident! Farbo? Richtung Farbo! Richtung Farbo, meine ich! Wir bräuchten Leute, die ihn abfangen! Nicht, dass alle ihm hinterherläufen! Ich bin grad im Wasser mit dem Boot! Ja! Das bringt mich! Jemand muss im Nether bleiben! Jemand muss im Nether bleiben eigentlich, oder? Ohne Elytra kann man niemanden nicht zuhören! Er ist bei mir! Er ist bei mir! Er ist bei mir! Er ist bei mir! Er ist direkt bei meiner Base! Ich bin am Dschungel! Ich bin am Dschungel! Der will wirklich netter gehen! Soll ich auch mitkommen? Der will wirklich netter gehen! 100%! Kannst du den dazu machen bei deiner Base? Er ist vor mir in der Base! Wir machen ihn netter zu! Ich schaff's noch! Ich schaff's noch! Wo geht der hin? Wo könnte er reingehen? Er hat acht Betten gecraftet! Neun oder so! Willi, lass versuchen ihn zu trappen, wenn er in irgendein Portal geht! Im Zeppelin! Sonst ist da kein Portal! Aber das weiß er nicht! Ich seh ihn direkt vor mir! Ich seh ihn direkt vor mir! Direkt vor mir! Lass rauf! Reicht das? Reicht das so? Nein, das reicht nicht! Aber es kostet ein bisschen Zeit! Er ist hinterm Loco-Chicken-Eimer! Was ein Rekord! Nein! Was ein Rekord! Er ist hinterm Loco-Chicken! Er ist hinterm Loco-Chicken! Er ist hinterm Loco-Chicken! Er kann da durch! Er kann da durchgehen! Er geht bei Latten hoch! Ich hoffe, er geht er nicht durch! Latten-Portal! Latten-Portal! Er ist im Latten-Portal! Ich kämpfe gegen ihn im Latten-Base! Lass ihn durchgehen! Lass ihn durchgehen! Wir sind dann im Portal, wir sind im Portal! Ich geh in die Latten-Base sofort! Lass ihn ein, lass ihn ein! Lass ihn ein! Ich brauche ihn ein! ïeiim!! Er ist hier! Er ist was, er ist was! Ich grippe ihn hier aus! Nicht rein! Ich shall nicht rein! Kommt ihr den Herd an, irgendwie! Ah ne, der ist trappt, der ist trappt da! Der ist trappt, der ist trappt! Komm, komm, komm! Badbomb, Badbomb, bomb, was geht? Nein, ich bin da drin, ich hab nur Tode, bitte! Ich krieg das auch ohne Badbomb, bitte! Keine Bomben, kein C4! Bombe, Bombe, überall Bomben! Ich schlag einfach in die Masse! Ich geh ganz links in die Ecke und die andere! Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Er ist noch drin, er ist noch drin, ich bin mit ihm drin! Er ist wieder auf eurer Seite! Er ist wieder raus! Er will raus, er will raus, er will raus! Nicht bomben, nicht bomben! Hä? Er poppt, er poppt, er poppt, er poppt! Macht auf, macht auf, bitte! Ich muss raus! Ich muss raus! Nicht auf euch! Nicht auf euch! Du musst mit ihm gehen! Ich liebe meine Probe, Kinder! Ich liebe meine Probe, Kinder! Ich weine auf euch! Wir fließen auf mich zu schlagen! Aber Peile, bitte, bitte! Schlägt die Person, die sie können! Ich muss da hausen! Wir haben ihn! Oh mein Gott! Das kann er niemals noch eine Stunde durchhalten! Er ist raus, er ist raus! Wie hat er das gemacht? Ich weiß es nicht, ich gebe ihn mit auf! Rüstung muss im Arsch sein, Rüstung muss im Arsch sein! Hey, leg auf mich, Idiot! Pass auf, Webbomben! Der Webbomben, der Webbomben, vorsichtig! Könnt ihr das Portal aufbauen, damit wir in der Oberwürde kommen? Ich hab ihn ausgekreditet! Komm, drauf, 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 drauf! Eine Perle nach vorne, Richtung Norwings Portal! Er geht runter in den Nether! Er geht runter in den Nether! MC Expert aus Nether! Du musst in der Webbomben, das macht überhaupt kein Damage! Okay, jump, jump, jump! Das schaffen wir mit! Ich jump ihn, Jungs, ich jump ihn! Passt auf, fällt nicht in die Lava! Ja, moin! Ich hab in Scherf! Nein, Boss! Boss Move! Hey, Space, wenn du mich noch einmal mit nem Dings Ding, ich hau dich kaputt! Ich lieg in der Lava, fuck! Getten, essen, essen! Er geht auch in die Lava, er geht auch in die Lava! Spam den, spam den, spam den, spam den! Spam den in der Lava, spam den in der Lava, weiter mit Pfeilen drauf! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, von dir oben! Ich geh Netherdeck und Badbomben, wenn der hochkommt! Deine Schuhe, deine Schuhe! Er könnte unten ein Portal placen, passt auf! Nicht mehr schießen, er schießt mich doch, bitte! Dann geh da raus! Dann geh weg, geh weg! Rüstung gepoppt, rüstung, poppt! Seine Helm ist kaputt, seine Schuhe sind kaputt! Weiter, 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 weiter! Schön! Er strapped, er strapped! Er strapped, er strapped! Ja, in dem Cobweb! Er hat nicht mehr viel, er hat nicht mehr viel! Das TNT würde ihm damage und positiv! Bitte nicht! Big Move, holt ihn! Er hat halt noch viele Toten und so, ne? Oh mein Gott, ich krieg so viele Pfeile in den Rücken! Ja, ihr Dings, ich seh halt nicht, wenn ich auf dich erschieße! Wir seh nicht, ihr seid zu tief! Nicht reingeh mit! Vielleicht geht er nach uns und baum Portal! Achtung! Er hat Totem gepoppt, hat Totem gepoppt! Totem gepoppt, hat Totem gepoppt! Der hat nur noch 3 Totems! Fuck! Ich mach ihn so laut, dein nächstes Arm aus der Kirche ist kaputt! Wo ist der Weg nach unten, Beni? Wo ist der Weg nach unten? Seid nicht! Er hat ganz viele Totems! Zweite Rüstung, neue, komplette zweite Rüstung! Bin da, bin da, bin da! Wo sind die Quads, seid die Quads, seid die Quads! Ich popp das nächste Totem! Hier ist der Mini! Mit mitten in ihm drin! Nichts Bomben bitte! Keine Bomben setzen! Kein Kaufland! Not, das gar nicht woanders! Kein Kaufland! Er wird hundertprozentig sterben! Er wird hundertprozentig sterben! Nicht mehr viele Totems! Lass die runterkommen, lass die runterkommen! Hier in den Raum unten! Kevin! Ja, 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 ja! 2 Totems noch! 2 Totems noch! Wenn er hier runterkommt, dann haben wir ihn! Lass die runtergehen, lass die runtergehen! Er kommt, er kommt, er kommt! Er kommt! Baut hier alles zu! Er hat noch eins gepoppt! Noch eins gepoppt! Links, 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 links! Brüde Rüstung! Brüde Rüstung! Lass die wieder runterkommen! Nicht in der Lava-Camp! Ja, ja, das ist cooler Call! Ist gut! Haut drauf, haut drauf, haut drauf! Er kann nur runterkommen! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Basti! Let's go! Basti! Easy! Holy Shit! Let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Minus 400, Bro! Holy Shit! Minus 400! Basti, du bist der Beste! Ey, Jungs, Jungs! Er ist gebrochen! Was macht der? Er ist gebrochen! Oh mein Gott! Einfach ich, Digga! Er muss so abgefuckt sein! Einfach ich! Oh mein Gott! Er ist gebrochen! Ja! Das ist der Frame! Let's go! Darauf habe ich gewartet! What the fuck! Oh! Oh! Okay, okay! Aber er hat stark gespielt! Können Sie sich doch nicht hören! Oh! 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 Ich habe es ein bisschen unterschätzt! Wir waren sehr viele, ne? Ja, Digga! Ich habe es komplett unterschätzt! Ich dachte... Du und die Portal-Trap einfach! Ja, aber du warst... Ein Squad Overworld, die dieses Portal jagen sollen! Die anderen haben alle Portal-Trap gemacht! Wir haben alle Portal-Trap gemacht! Wir haben alle Portal-Trap gemacht! Digga! Ich dachte erst 1,8! Man kann die Blöcke gar nicht abbauen! Bis ich dann gecheckt habe, dass man die Scheiße abbauen kann! Doch, doch! Aber du bist ja trotzdem stuck! Du bist ja trotzdem stuck! In so einer Zeit! Nein, nein, nein! Man kann abbauen! Ja, aber du warst trotzdem mal 3 Minuten stuck drin! Ja, du warst die Hobby-Hart-Plays-Trap! So dumm warst du ja nicht, oder? Ja, okay! Aber was dumm für der da drin war? Habt ihr den meisten Damage von Kevin bekommen? Jo, kein Ding noch! Ich war einmal dran! Hugo, ich habe kurz... Hugo, vom Ding her haben wir uns schon abgesprochen! Wir wollen dir natürlich das Angebot machen! Doppelt oder nichts, ne? Ja! Boah! Stehe hier abverdiktet! Stehe hier abverdiktet! Bro, wir holen ihn immer über die Spielsucht zurück! Doppelt oder nix! Ja! Ey, wir lassen dir jetzt ein bisschen teils ein bisschen equippen, weil wir wissen, du hast viele bespressen! Bro, 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 bro! Heute? Heute? Ja, heute doch nicht, oder? Ja, heute doch nicht, oder? Also, wir können die Rüstung reparieren, neue Totems geben, dann ginge! Nein, 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 Bro! Ich weiß ja jetzt, was ich für Fehler gemacht habe! Dann würde ich halt besser lassen! Er muss wieder OP-Gaps haben! Die OP-Gaps waren das ganz Entscheidende! Okay, okay, dann lass uns, dann lass uns die Tage nochmal machen und dann doppelt oder nichts! Können wir 1,5 mal machen? Oha, Digga! Hä? Was? Das heißt nicht, 1,5 mal oder nix und dann doppelt oder nix, Hugo, das geht ja nicht! Hä? 1,5 mal oder nix? Bro, what the fuck? Doppelt oder nix! Okay, er hat's gesagt! Ey, Hugo, no joke! Vielen Dank, Mann! Das war good content, Bro! Beste Mann! Wirklich Content Machine, Bro! For real! Fabo kommt! In vier Stunden! Wir haben jetzt ein bisschen Zeit verloren durch die Juro-Aktion, ja? Aber wir haben jetzt immer noch vier ganze Stunden! Ich würde sagen, wir machen erstmal den Stuff drumrum, right? Oben, wir machen oben größer! Wir gehen für oben größer! Die nächste Ebene kommt drauf! Dass wir so, dass es erstmal größer aussieht! Dann wirkt das schon ganz anders! So, alright! Das ist schon mal ganz geil! Ich überlege, ob ich diese Balken hier fortsetze, aber dann oben in der Mitte was anderes mache! Da so, ich sehe gerade so wie so Verzierungen mit so Quarz oder sowas! Irgendwie so, ich weiß noch nicht genau! Ey, ihr könnt zum Spawn kommen! Ihr könnt zum Spawn kommen! Oh, es geht los, Joe! Wie gesagt, 20 Leute! Und das Geile ist, ihr müsst euch dann immer einen Partner suchen! Ihr seid heute zu zweit! Papa, warte! Kuss, kuss, kuss! Bitte, Revi! Ihr seid heute zu zweit! Basti, Basti, Basti! Bitte, Revi! Wir machen's, Basti! Wir sind Partner! Haben wir heute die Ehre, ein richtig geiles Projekt zu machen? Ich habe gar keinen Bock gerade, Alter! Wir machen ein Kamel-Rennen! Ne, wirklich, Digga! Juhu, Kamel-Rennen! Ich bin so zweit Kamel-Wert! Schon mal danke, dafür, dass Stiggy das macht! Ey, Stig! Applaus für Stiggy! Grüß für den Noten-Sohn! Aber es gibt auch eine Veränderung, und zwar einfach nur ein ganz normales Rennen wäre a schlagenweilig! Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen in zweier Teams ein Kamel-Rennen! Eine Person ist hinten drauf! Und die Person, die das Kamel reitet, wird nichts sehen! Das heißt, ihr müsst jetzt eigentlich Setupen, dass ihr... Okay, das ist cool! Dass ihr nichts sehen könnt! Und euer Partner wird euch dann gleich führen! Und ich würde sehen, dass wir dann echt genau in einzelnen Challenges... Äh, Challen-Lorex-Verfilm! Ja, aber woher wissen wir dann, was losgeht und so? Ja, weil ja trotzdem glaube ich, die Leute hört die nicht in Challenges! Ey, äh, du kannst doch... Also wir dürfen nichts sehen! Stiggy kann doch einfach labern, äh... Stiggy kann doch einfach labern außer einem... Außer einem Channel! Genau! Okay! Okay, also wir müssen... Wir... Also das Event ist quasi... Was meint ihr ein Labyrinth? Also so ein Rennen-mäßig, oder? Genau! Wir machen Kamel-Rennen! Man kann zu zweit da drauf sitzen! Ja! Und eine Person, die vor... Die Person, die vorne sitzt, sieht nichts und die hintere sieht es und muss halt navigieren! Oh! Ich hab das Gefühl, Bro! Ich würde dich voll gerne führen! Und dass du blind bist! Ja! Aber ich glaube für's Team... Für's Team ist es besser, wenn du blind wärst! Okay, claim ein... Äh, nice! Mit eurem Team! Ich muss aber... Okay, okay! Fahr Markus beiseite! Lass mich mal kurz einfach rumfahren damit! Ich fahr ja damit rum, oder? Ähm... Ich bin ja vorne, oder? Achso, ja, genau! Ich bin ja der Blinde! Oh, der ist richtig langsam! Okay! Ne, ne, jetzt... Der beschleunigt jetzt gleich! Sprinte mal! Sprinte mal! Oh! Hier! Oh, ja, okay! Drück mal Leertaste, dann kannst du dashen! Oh, okay! Guck mal dabei nach oben! Guck mal dabei nach oben! Bro, das gibt mir ein bisschen Schul-Vibes, ne? Ach, Mann! Ja, das ist ein bisschen Klassenfahrt-mäßig hier, ne? Fall dir aus dem Zweiergriffchen, Bro! So geil! Aber das ist eigentlich geil eigentlich! Ich finde, das Kamel ist ein richtig geiles Feature in Minecraft! Ja, das ist eine voll gute Idee auch von Stil! Ja, ja! Äh, ich mach Pullover falsch rum, dann sollte ich nix sehen! Ich kann's auch quatschen! Ich kann die Decke übers Bild hin! Das passt! Oh mein Gott, das ist perfekt! Oder das, ja! Das kannst du auch! So! Wie öffnet sich das? Ähm, das werdet ihr gleich am besten... Okay, okay! Ja, das ist noch besser! Lass mal Kamelia heilen! Geht das mit denen? Die letzte Schaltung, die ist gerade noch kaputt gegangen davor! Ähm... Einfach dann selbst abbauen! Ich darf noch jetzt zum... Wenn's los ist... Ja, du musst jetzt zum... Zum Tor, ja! Oder lass mich kurz fahren! Lass mich kurz fahren! Lass mich kurz fahren! Steig ab! Wie's genau geht! Okay, okay! Ist ne kleine Challenge! Äh... Also ich kann schubbeln, wenn ich dahin gucke! Nur der vordere abbauen! Ja, nur der vordere abbauen! Nur der vordere darf hier den Staff abbauen! Weißt du mich? Ja, ich hör dich! Wo müssen wir hin? Ähm... Warte mal! Ich muss noch Kakteen kurz holen! Ich muss das gut! Ähm... Ja, du schießt da gut! Warte! Ja, okay! Okay, dann tapp ich kurz einmal raus! Und mach hier links das auch noch weg! Dann kann ich's auch nicht mehr sehen! So, ist jetzt weg! Jetzt ist alles weg! Äh... Oh fuck! Jetzt muss ich irgendwie rein tappen, warte! Digga, wir sind halt ganz rechts! Ich hör Stege nicht mal mehr! So! Jetzt... Ja, genau! Rechts, rechts, rechts! Und immer W drücken! W! 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 W dabei! W! Gut, 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 gut! Äh... Rückwärts! Hey, kommen wir da durch! Wir kommen da einfach durch! Was muss ich machen? Rückwärts! S! S! Jetzt noch weiter! Ein kleines Stück! Und jetzt D! Digga, ich hab keine... Gedrückt heute? Oder? S! S! Noch ein bisschen tippeln, 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 tippeln! Und jetzt D! W! Du müsstest mit der Maus, glaub ich, ein bisschen so, dass du so ein bisschen... Guck mal weiter nach rechts ein Stück! So, stopp! So... Ja, jetzt drück mal W! Ja! W, W, einfach W! Ja! Gedrückt halten, oder? Ja! Lauf mal jetzt einfach! Drück mal W! Drück mal W! Stopp! Stopp! Ähm... Drück mal A! Das ist ja krank! Stück! Äh... Und jetzt einfach... Jetzt einfach W gedrückt halten! Digga, sind wir... Verkratten egal? Stopp! Stopp! Und jetzt nach A! A! Ich weiß nicht warum, aber ich hab irgendwie das Gefühl, wir sind in der Höhle oder sowas! A! Sind wir in der Höhle? Einfach nur A drin! Einfach... A drück... Jein! A! So! Wir holen jetzt gerade auf! Ähm... Gleich musst du sprinten und einen Dash machen! Laufen wir gerade noch, oder was ist das jetzt? Jetzt! Das ist ultraschwer! Schon lange! Das ist schon lange vorbei! Jetzt, ähm... Du musst umdrehen! Ähm... Die Maus nach links drehen! Ja! Stopp! Jetzt W drücken! W! Einfach nur W! Ähm... Links! Und jetzt W! W! Stopp! Jetzt wieder sozusagen um 180 Grad drehen! Noch weiter! Du kannst bis es jetzt... Ja! So genau! Und jetzt sprinten und... Sag jetzt! Bevor ich springe! Also so... Du drückst doppel... Du drückst doppel... Du drückst doppel W und sofort lädst... Okay, okay, okay! Watches! Watches! Ja! Zu spät! Was?! Zu spät! Ja! Den Sprung kann man nicht aus dem Stand schaffen! Wie viel? Drück mal ganz kurz Doppel-Lehrtaste! Drück mal Doppel-Lehrtaste! Drück mal Doppel-Lehrtaste! 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 Achso! Drück die ganze Zeit W und jetzt aufladen! Haben wir's geschafft? Nee, noch nicht! Du musst noch länger gedrückt halten! Nach links! Nach links! Der Sprung ist nicht möglich! Hier dann? Ja, jetzt drück... Jetzt drück D! 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 Nein, nein, nein! Ich cheate nicht! Ich hab nur den Chat gelesen! Das ist schon deinem geiler View offices! Ey... Du musst jetzt diese Sprung machen! Ich sei das hier! Ich-uhr-Ihr-Ihr-Ihr-Ihr-Ihr-SCH-S ambitions! Ja, du hast die! Du hast die! Okay, okay, was jetzt? Dreh die 1400rationer. ha! Nahalfس тут! Nach links! Nach links! Da hab OS. Ja, jetzt TOBLEON-W! Auf, auf links gucken! Links gucken! W-W-W-W! Bro, du musst wieder essen! Du stirbst ja だ! Bro, ich weiß nicht, wie du das eigentlich tankst. Bro, ich töte jetzt ganz kurz mal deine... Bro, dich greifen dauerhaft Phantome an. Ja. Ey, ich bin voll. Chat schreibt, ich bin voll. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich glaub mir, das ist sehr anstrengend, dass hier sieben Phantome... Oh Gott. Ich bin voll mit Essen und allem. Was jetzt? Ähm, okay, passt auf. Jetzt. Guck nach rechts. Was ist... Ja. Nichts. Guck nach rechts und weh. Stopp. Ein bisschen zurücklaufen. Ich hab irgendwie das Gefühl, unser Kamel ist tot, Bro. Nein, rückwärts laufen. Ja, okay. Rechts gucken. Rechts laufen. Und jetzt musst du so ein Dash machen. Mach ein Dash. Super. Sehr gut. Jetzt nach links gucken. Ja. Und weh. Wir sind nicht mehr auf einem Kamel, oder? Weh. Weiter einfach nur weh drücken. Ja, mach ich. Jetzt einfach weh gedrückt halten. Weh gedrückt halten. Mach ich. Weh gedrückt halten. Ich befinde mich niemals auf einem Kamel gerade. Weh gedrückt halten. Und jetzt Leertaste. Dazu Leertaste, sorry. Super. Ähm, jetzt nach rechts gucken. Und stopp. Nach links gucken. Hoch. Weh. 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 Nochmal weh. Mit Schwung, oder was? Ähm, nee, das reicht, wenn du sogar einfach nur einmal weh drückst. Jetzt nach. Ach so. Das ist der falsche Weg. Hä? Digga, warten jetzt. Ich check's nicht. Was muss ich machen? Ja, sorry. Das war ein Ver- Jetzt nach rechts. Mann, wir sind doch. Ich bin doch auch ziemlich auf dem Kamel. Mein Gott, dann steht auch Megaloo gespammt in dem Moment. Nein, guck nach rechts. Mann, ist das was anderes Lustiges passiert? Das checkst du gerade nicht. Okay. Das erkläre ich dir nachher. Dreh dich nach rechts. Oder können wir hier skippen? Nee, wir skippen das. Komm. Links. Na, guck nach links. Wir skippen hier. Hab, bin ich rüber? So, jetzt Doppel-W. Jetzt musst du wirklich richtig weit sprinten. Weit sprinten. Kannst sprint jumpen. Sprint jumpen. Sprint jumpen. Das geht doch gar nicht mit einem Kamel. Doch. Warte. Stopp. Guck ein bisschen nach links. Ja. Noch weiter zurück nach rechts. Ja. Stück. Nach W, W, W. Und drück mal rechtsblick, die ganze Zeit rechtsblick. Nach links. Ja, perfekt. So. Jetzt. Ähm, läufst du nochmal ein W. Einfach mal W gedrückt halten. Ja. Was passiert gerade? What the fuck? Doppel-W. Einfach drück W schnell. Drück W schnell. Schnell. Nach links gucken. Nach links gucken. Nach links. Und Doppel-W. Links. Stopp. Okay. Oh mein Gott. Guck dich bitte nach links um. Nach links. Nach links gucken. Weiter. Weiter. Und jetzt W. Lange oder? Ja, jetzt kannst du W länger gedrückt halten. Nach rechts gucken. So oder weiter? Rechts. Jetzt W. Ja. Und links. Stehbleiben. W. Und jetzt nach links gucken. Nach links gucken. Und W drücken. W drücken. W drücken. W drücken. Links. Nein, stopp. Ah, du bist am Ziel vorbei. Was denn? Okay, zurück. Zurück. Ja? Einfach zurück. Einfach ein bisschen S. Ticker, was passiert gerade? Bro, es ist alles gut. Wir kriegen das alles hin. Wir sind ein super Team. Wir machen das. Wir haben ab und da uns, aber wir schaffen es. Ja, okay. Wir sind durch. Kann ich Bildschirr wegmachen? Ich glaube, ja. Das ist das Ziel. Ey, das war das Ziel. Was? Wir sind von mir noch auf einem Kamel? Na klar. Was denkst du denn? Oh mein Gott. Ich dachte, Nojo, du verarschst mich die ganze Zeit. Man, Bro. Wir waren die ganze Zeit auf einem Kamel. Ich dachte, ich bin irgendwie durch ein... Oh mein Gott, nice. Nein, alles gut, Bro. Oh mein Gott. Let's go. I got you. Haben wir gewonnen? Sind wir die Ersten? Nee, ich glaube, es waren andere davon. Ja, passt, würde ich sagen. Oh mein Gott. Ich wüsste nicht, wie viel, Teil. Das freut mich. Ich glaube, ich muss kurz einen Clip gucken, Bro. Bro, Kevin, lass uns bitte zusammen. Lass uns bitte zusammen gucken. Ja, soll ich... Ich sehe aus wie ein Opfer, Digga. Ich gucke irgendwie wie ein Knecht. Ich schicke dir bei Discord den Clip und dann gucken wir zusammen, ne? Ey, das ist süß, Mann. Das war wirklich ein geiles Event von Stegen. Ich sag ehrlich, für mich war es jetzt nicht so enjoyable, Bro. Ja, drei, zwei, drei, zwei, eins, go. Rechts, 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 rechts. Okay. W, W, W dabei, W. Digga, das war so dumm. Ich hab wirklich... Digga, guck mal. Ich hab mir das gar nicht gecheckt. Wir mussten da halt hoch. Das erste war direkt so schwer. Guck mal, ich hab nichts gesehen. Jetzt nach links schon, nach links. Das war auf dem Level mit der Jagd von Huber vorhin. Ja, genau, perfekt. Und weiter. Ich war auf halbe Herz. Ja, Digga, wir schaffen okay. Ich kann halt selber nicht sehen, weil ich block bin. Ich war auf einem halben Herz zwischendurch erscheinend. Ja. Ähm, weiter rückwärts, rückwärts. Ja, du hast echt viel damage. Nee, geht nicht, wir sind im Block. Ich kann nicht sehen. Oh mein Gott. Also, konntest du mit F5 nichts sehen, da? Nein, ich bin die ganze Zeit F5 geswitcht. Ich hab alles probiert. Ach so. Oh mein Gott. Guck mal weiter nach rechts ein Stück. So, stopp. Oh, krass. Ja, 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 das war stark. Krass, okay. W, einfach W. Guck mal, was du gleich machst. Ja. Jo, 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 jo. Ich glaub, das musste man auch so machen, oder? Weiß ich nicht, ich glaub nicht. Stopp. Nein, haben wir das alles geskippt? Ja, ja, so. Ah, ah, ah. Einfach nur atmen. Bro, ich töte jetzt ganz kurz mal deine F5. Bro, dich greifen dauerhaft Phantomen an. Soll ich noch weiterlaufen? Ich hab's gefühlt, hier ist es passiert, oder? Nein, nein, was soll da passieren? Ja, trotzdem. Alles gut, alles gut, alles gut. Glaub mir, das ist sehr anstrengend, dass hier sieben Phantome. Oh Gott. Ich bin voll mit echtem Phantomen an. Ich wusste es. Was jetzt? Ähm, okay, pass auf. Jetzt guck nach rechts. Nichts, guck nach rechts. Und weh. Nee, nee. Stopp. Ein bisschen zurücklaufen. Nein, rückwärtslaufen. Rechts gucken. Rechts laufen. Und jetzt musst du so ein Dash machen. Mach ein Dash. Ja. Super. Sehr gut. Jetzt nach links gucken. Und weh. Weh. Das ist auch der erste Wusste so geil. Nein, guck nach rechts. Das ist was anderes Lustiges passiert. Das checkste jetzt gerade nicht. Das erklär ich dir nachher. Dreh dich nach rechts. Oder können wir hier skippen? Nee, wir skippen das. Na, guck nach links. Digga, du hast so krass geacted. What the fuck. Und Leertaste dazu. Ich hab's. Mhm. Digga, komm. So, jetzt Doppel-W. Jetzt musst du wirklich richtig weit sprinten. Weit sprinten. Kannst Sprintjumpen. Sprintjumpen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Doch. Oh mein Gott. Guck ein bisschen nach links. Guck wie er sich auf. Also wie er sich auf rechts. Digga, wie geil. Digga, wie geil. What the fuck. Drück mal rechts leg die ganze Zeit rechts leg. Nach links. Ja, perfekt. So, jetzt läufst du noch mal W. Krank. Einfach mal W gedrückt halten. Doppel-W. Einfach drück W schnell. Drück W schnell. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Nach links. Und Doppel-W. Ja, jetzt kannst du W länger gedrückt halten. Oh mein Gott. Okay, jetzt bleiben wir hier vorbei. Ja. Aber das war's, ne? Dann war's. Das war's, basically. Digga, krank, Alter. Bro, das war ultra geil. Was passiert gerade? Was passiert gerade? Wir waren kurz weg. Guck mal, die lagerst. Das ist Schwanz. Wieso ist der so krumm, aber? Also ich bin jetzt ganz normal. Ich finde das jetzt nicht schlimm, vom Ding. Digga, ich finde das der bessere Herrlein hat als du, der Skin Hugo. Ja, ich hab's verstanden. Digga, das stimmt aber sogar, ne? Digga, Papa Platte lacht aber in fünf Jahren die gleiche. Ja, aber du bist ja zehn Jahre jünger. Bro, du bist irgendwie 19 oder so, Bro. Was zum Fick? Ich bin sieben Jahre älter. Ich bin 20. Und ja, der hat man aber nicht. Ey, jetzt kann ich das nicht mehr, jetzt krieg ich das auch nicht. Danke, sag dir. Danke. Wir haben jetzt noch 40 Minuten roundabout, 45 Minuten, dann kommt Fabo. Und ich sag mal, wir haben heute noch nicht so crazy viel Progress gemacht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich möchte dir die Bait angucken, Sir. Oh mein Gott, was hast du für ein Outfit an, Bro? Ähm, also, wir hatten ja letztes Mal eine 5,15, oder? Äh, 6,15 war es beim letzten Mal. Und dann habe ich hier eine Palette, mit der ich weiterbauen wollte, aber die ist scheiße. Ja, rot im Park gelaufen ist so schwarz, ob sie die haben. Erzählen Sie mir mehr? Bro, bau einfach eine krasse Dage. Ähm, ja, das war's. Mehr habe ich heute nicht geschafft. Also, dafür, dass wir die Termine hier heute zweimal verschoben haben, haben sie ja jetzt nicht hier gerade richtig Arbeit geleistet. Ne? Ich hab schon ein bisschen mehr erwartet. Ey, bitte nicht, Kevin. Kleiner Nuttensohn, Alter, ich werde dich so fährdigen jetzt, du kleiner Bastard, du kleiner Nuttensohn, du kleiner Huchensohn, ich schwöre. Ich hatte dieses Ohrstiefel so lange aufgespart und das du, kleiner Huchensohn, mir das jetzt hier nutzt, einfach mit meinem scheiß Nürzeln ohne Rüstung, du kleiner Bastard, ich schwöre. Du willst doch sehen, was ich kann, hä, du kleiner Huchensohn, du 6, ich kann nix, Alter, ich bin Fan, aber ich habe hier solche Minecraft-Skits, Alter, hast du noch nie gesehen, ich werde das ausgehen. Ich habe keinen Tote mehr, 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 Farbse, ich habe keinen Tote mehr, hallo. Farbse, ich bin tot, hallo. Warum sterbe ich jetzt? Ey, ich habe jetzt schon 20 Level gefarmt, chill mal. Nee, du bist tot, ist mir egal, ich hau nicht, ich hau nicht kaputt, ich habe mich tot, auch nächstes Mal, wenn ich die irgendwann mal sehe, Alter. Mann, Digga, Farb, ich habe einen Pee. Halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz. Halbes Herz. Sieht mich so Arschritz aus. Helm, Rex! Ist das frech. War voll easy. Oh mein Gott, ist das scheiße. Ey, Bro, ich sage ehrlich, ich sage ehrlich, ich habe es verdient, Bro. Mann, ey, NoJob, das nervt mich. Was? Ich habe dieses Archivment so lange aufbehalten, ich habe noch nie ein Totem geprobt auf den Surve, Alter. Ach so! Ja! Ey, congrats zum Erfolg, Bro. Ja, jetzt sag mal, hast du einfach die Wände hochgezogen, Alter? Mann, Farbo. Ja, was machst du denn immer so höhere... Was machst du denn immer so hohe Töne, ey? Das sind jetzt oben Elite-Rangänge. Die kannst du an den Seiten mit schwarzen Scheiben verzieren. Bro, Farbo. Ich sage dir ehrlich, ich habe gerade einen Mental Breakdown, wir müssen das heute hier absagen. Ohne Bewertung, ich komme hier angefahren. Fünf Stunden im Stau. Jetzt soll ich fahren? Mann, alles ist scheiße, jetzt regnet sogar, Bro. Genauso fühle ich mich. Jetzt läuft hier der Wäschekorb voll mit Wasser. Okay, Farbo, mach eine Bewertung. Was würdest du dem Ganzen geben heute? Was hatten wir letztes Mal? 6,16. Ja, aber ich sage, also, wo waren die Wände? Ernst jetzt? Mann, Bruder, da siehst du nicht mal den Unterschied. Bruder, aber... Hier auf der Höhe. Sag mal ehrlich, Digga, warum hast du denn das jetzt nochmal eine Stunde verschoben, Alter? Mann, Bro, ich habe lange... Ich war mehr... Ich habe nicht viel gemacht mit den Händen, aber ich war in meinem Kopf drin. Ich habe viel überlegt, weißt du? Na, check. Ich glaube, morgen kann ich abliefern. Na, check ich. Aber wie hoch sind die Wände? Wie sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 Blöcke höher, oder? Überall auf allen Ecken? Ähm, 5 Blöcke höher. War das hier schon? Ja. Das und das? Ja. Boah. Was hatten wir? 6,15 war? 6,16 war das Letzte. Da gehen wir mit einer... Ja, zweimal Termin verschoben, abbrechen wollen den Termin auch noch. 6,1... Oh, das ist schwierig. 6,1, 6, 5. Und... Digga, ein weiterer Tag, eine weitere Kommastelle. Ist das scheiße? Ist das krank? Aber verdient, oder nicht? Ja, okay, nehme ich. Danke. Dann, ähm... Wir sehen uns morgen wieder. Trinke, trinke. Kriegst Trinklär für die Bewertung. Hugo, komm, verpiss dich. Du bist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, wirklich. Hey, Hugo. Real Talk, Digga, ey, wirklich. Digga, was geht denn? Digga, wirklich, das ist das Letzte, was ich hier... Hier, die Bezahlung. Na ja, danke. Kleiner Nutten, so eine kleine Bedele. Hey, 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 hey. Hey, man, Hugo, ich brauch mal Inspo, Bro. Von dem? Hast recht. Ja, sag mir, was ist los? Nee, never mind. Ich hab vergessen, dass deine Base aussieht wie von einem 10-Jährigen. Digga, halt da nicht. Digga, gib's ihm richtig. Digga, hol nicht, Mann, zieh deine Rüstung aus, komm. Ach, komm, verpiss dich, du bist in meiner Wohnung. Zieh deine Rüstung aus, dig, 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 dig. Junge, solange du deine Schuhe in meine Wohnung hier reinpackst, Bro, hältst du hier die Fresse. Hey, 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 hey. Nein, bitte nicht, ich hab 110 Level. Bitte, ich hab 110 Level. Hör auf. Ihr Vollidioten. Nein, wenn ihr das macht, dann werde ich euch bieten. Hör auf. Digga, bitte hört auf. Ich hab wirklich 110 Level. Retalk, bitte, nein. Bitte, bitte hört auf. Wie viele Totems hast du, Bro. Ich hab 110 Level, bitte. Ich mach alles kaputt, wirklich. Warum hast du 110 Level? Da hattet ich grad die ganze Zeit in der scheiß Farben zustande, bitte. Ich muss mein ganzes Dach neu machen. Alter. Kevin, wenn du mich... Kevin, jetzt haut drauf, haut drauf, wenn du Eier hast, hast du drauf. Kevin, Kevin, komm. Kevin. Einer geht noch, oder? Nein, 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 nein. Das ist so ein bisschen wie so Jenga, man zieht so einen raus, weißt du? Hört auf. Ich sag, ein Schritt geht. Oh mein Gott. Kevin, du. Hey, komm, ich mach einen Schlag. Okay, jetzt raus. Oh mein Gott, jetzt haut drauf, haut drauf. Nein, jetzt nicht mehr. Das war's, das war's. Ich hab den Schmerz und der, der mich killt, der hat keine Base mehr. Oh mein Gott. Oh, das ist so spannend. Oh, das ist echt spannend. Du hast einen Generation-Speak, bro. Oh mein Gott, ich bin raus, ich bin raus. Noch. Komm, einen mach ich noch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie hat er in die Ecke geschenkt? Oh mein Gott. Mit seinem Skin. Der, der mich killt, der kann kein Klappchen mehr spielen. Oh mein Gott, was geht? Oh mein Gott, ich bin raus. Oh mein Gott, nein, nein, du musst nochmal. Nein, 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 das ist krank. Du musst, du musst, du musst. Nee, das ist krank, ich war nicht mehr. Sir, wie viele Herzen haben Sie? Mit der mich triffest du tot, das weißt du. Digga, jetzt will ich aufpassen, okay? Kevin, ich mach nicht mehr, du musst jetzt. Nein, Kevin, ich sag's dir. Wenn du mich tötest, dann macht das mit dir. Das weißt du. Der kommt, der kommt! Nein, der kommt nicht. Game sound, game sound. Kevin, haut drauf. Ich töte den Panda. Nein, nicht Olaf! Kevin, Kevin, du musst. Lass Olaf in Ruhe. Lass Olaf in Ruhe oder ich drück ab. Wenn du abdrückst, werde ich deine Base zerstören. Verpiss dich aus meinem Haus hier. Raus hier. Halt deine Fresse. Ey, 110 Level. Lecker. So, jetzt Trick 17 hier. Ey, ich schwöre, Kevin, du kannst das Projekt beenden. Ja, ich glaube auch. Aber warum hat er so viele... Ich habe aber eine Entschuldigung für ihn, wenn er gleich wiederkommt. Ich nicht, ich habe seinen Ambulus geklaut. Ne, 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 warte ab. Okay, pass auf, hör mir zu. Alter. Hört auf, hört auf. Hör mir zu. Wir kommen in Frieden. Wir haben deinen ganzen Stuff gesaved. Und ich habe hier ein Entschuldigungsgeschenk, okay? Digger, willst du mich komplett verarschen? Ich hatte 110 Level. Gut, dann nehme ich die. So, jetzt ist sie weg. Mir reicht es mit deinen Spielchen. Hör auf, hör auf, das darfst du nicht. Hör auf. Bravo, bravo. Das ist nicht das, was wir gerade brauchen. Bro, ich wollte dasselbe gerade machen. Ähm, Kevin? Ja? Ich glaube, du musst ihn noch, also, beruhigen. Ja, also, Hugo, lass uns wieder Freunde sein. Guck mal, was ich hier habe. Ey. Boah, zwei Stück. Dicker Helmut, du krankes Schwein. Siehst du ihn? Oh mein Gott, lass ihn, lass ihn. Er hat damit nichts zu tun. Er hat nichts damit zu tun. Hugo, er hat nichts damit zu tun. Lass ihn in Ruhe. Helmut, geh weg. Aber dein Haus. Mein Haus hat auch nichts damit zu tun. Das ist schon hässlich genug. Das muss man ihm lassen. Okay, mir reicht's. Lass es. Ho! Nein, noches? Noch ein? Noch? Bleib da, bleib einen Schritt weiter. Ich mach's. Bleib einen Schritt weiter. Ich mach's. Einen Schritt weiter. Ich mach's. Bleib da stehen, sonst mach ich's. Bleib da stehen, ich kill ihn. Lass ihn. Lass, lass Wieland. Bleib da stehen. 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 Lass Wieland in Ruhe. Okay, und jetzt bleibt genau da stehen, sonst play es sich direkt und zünde. Ich schwöre. Bleib da stehen. Einen Schritt weiter. So, ihr habt einen Schritt weiter. Okay? Ich mach nichts. Einen Schritt weiter. Wann, Deutsche. Warum steht ihr da hinten wie so ein Zuschauer, Bro? Ist das krank. Mann, denkt auch Farbe, wie ein Clowns gehen. Guck Wieland. Der weint. Nein. Nein, Wieland, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich unser Zuhause in Gefahr gebracht habe. Mach's nicht. Ich mach's. Weißt du warum? Warum? Für die Gerechtigkeit. Oh mein Gott, er hat's einfach getan. Alter, was? Okay, das war einer zu viel. Das war einer zu viel. Wasser, Kevin, Wasser. Wasser, 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 Wasser raus. Einer, Wasser. So. Das reicht jetzt. Stopp, wir sind kurz. Hau auf. Hau auf. Hau auf. Ja, okay, das war's. Hau auf. Hau auf. Oh mein Kajok Leon. Digga, Kraft-Attack ist ne perfekte Psychose, Leute. Wirklich. Was zum Fick. Ja, willkommen. Willkommen. Alter, ich wusste nicht, dass das so ein krasses Basti. What the fuck. Ja, das ist also, Bro. Digga, wo kommst du her? Bro. Okay, Hugo. Hugo, gib mir die Hand. Wir sind wieder Freunde, okay? Drei, zwei, eins. Ich hab dich lieb, küsst mit mir. Komm, aber nicht von den anderen. Okay, lass dir die Nether geben. Ja, lass mal kurz den Nether. Nee, warte, warte, Kabine, Kabine, Kabine. Ich glaub, der Nether ist, ähm. Warte mal, kurze Frage, Leute. Wer ist er? Bro. Leute, what the fuck. Komm mal bitte hin, Kevin, jetzt. Ja, bin. Basti, wir dürfen nicht stören. Bro, real talk. Also, was ist das? Oh, was ist das? Hörst du das? Digga, das ist in der Richard, die Spawn-Verfolge, wo der sich selber hinter dem Stuhl küsst, ne? Kennt ihr das? Ah, oh mein Gott. Wir sind's, wir sind's. Oh Gott. Es ist nicht so, wie ihr denkt. Also, die Story jetzt noch geendet ist, das hat ja keiner erwartet. Die Story, die verlaufen ist. Mann, Alter, Leute, wirklich. Ich sitze hier heute seit 10 Stunden in dieser Welt und meine Base sieht so scheiße aus. Ey, wirklich. Guckt euch mal an, das ist ein Haufen Scheiße. Ich kann das Ding abreißen. Bro, deine Haustiere sagen so viel auch irgendwie, also, sie geben so richtig den Vibe dieser Base. Ey, lass das anpacken, bitte. Lass das anpacken. Guck mal, Helmut. Helmut hat gar kein Bock hier zu sein, Digga. Bro, ich schwöre, Helmut wird hier gleich in das Loch springen. Hat er schon versucht, hat er schon versucht, no joke. Ich hab vorhin das grüne Glas repariert und das war so offen und dann wollte er reinspringen. Aufgefasst ist noch mehr Arbeit, ne, bis morgen. Nein, was? Was? Oh mein Gott, der ist runter, der hat keinen Bock mehr. Nein, nein. Ist Helmut gestorben? Helmut ist da runtergejumpt. Helmut, what the fuck? Digga, was macht er? Oh mein Gott, der Tag ist ein Desaster, Leute. Digga, Olaf will sich auch umbringen. Nein, 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 nein. Wie dann, wie dann, wie dann? Wieland, Helmut hat sich umgebracht. Wieland, chill, chill. Nein, echt, Digga, ja. Helmut hat sich umgebracht, Digga. Er ist da runtergesprungen. Bro, nein, 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 nein. Nein, 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 bitte. Weil du hier zu Hause zerstört hast, Hugo. Weil du hier zu Hause zerstört hast. Oh nein, ich wollte das. Guck dir mal, du kannst dir doch in die Augen gucken. Wieland, Wieland, wein dich, wein dich, Wieland, nein. Hugo, ich wollte dich nicht töten, jetzt du Dias. Nein, 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 ich spiel weiter, aber kann man die Base noch retten? Ja, ja, ernst, ja. Natürlich, guck dir Österreich an. Ich kann dir neues Grundstück zeigen. Was meinst du mit Österreich? Ja, ich baue das auch immer weiter auf. Wie, Österreich? Du wirst mit Hugos Dings verglichen. Ja, Österreich ist mein Thema. Bruder, du vergleichst gerade meine Base mit deinem Scheißhaufen, wo du jetzt Hugo drüber geschrieben hast. Scheißhaufen? Da, komm mal mit, komm mal mit. Scheißhaufen. Ich werde gar nicht teleportiert, Leute. Komisch. Warum werden wir nicht teleportiert, Masti? Ich glaube, der ist Server-Legged. Oder ich habe mich eine Sekunde umgedreht. Das war gerade so geiles Timing. Wenn einer Liege wie schreibt, muss man liegen. Digga, ich habe immer so einmal so gemacht, Digga, ich komme wieder auf einmal, liegst du da. Das ist doch krank. Ich habe es dir gesagt, das ist geil. Junge, wie kommt die ganze Zeit auf uns? Ey, wir versuchen das... Digga, noch ein neues... Moin. Moin. Alter. Wo kommst denn ihr her? So, dann zeigen wir deine Base. Digga, bitte. Hast du hier Schnee hingemacht? Nein, 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 nein. Re-Rap, re-Rap. Nein, nein, nein. Minigame, Minigame. Digga, gut, dafür jedes Mal, bitte. Das wäre so geil, weil jedes Mal, wenn wir hier sind, dürfen wir einmal alles so pink machen. Das wäre so geil. Okay. Pasti. 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 Pasti, du siehst irgendwie ein bisschen anders aus als zu uns. Hey. Big Baba Bubu, jetzt geht es erst mal weiter mit dem Stream. Leute, ich sehe gerade, es haben noch 13 Leute in den Twitch Prime Sub gerade frei. Vielleicht mal reindrücken, Big Baba Bubu. Der Timer funktioniert wieder nicht. Da ist der nicht. Leute, die nächste 10er Sub-Bombe kann vielleicht mal einen Coinflip gewinnen. Kommt mal mit jetzt, bitte. Ja, wie sauer. Ja, wie kommt. Kommt mal mit jetzt, bitte. Ja, das ist alles weg. Bruder, deine Base sieht so beschissen aus, alter Schwede. Wenn wir hier rausschauen, sehen wir, es hat geschnallt. Es hat geschnallt? Ist das der Anfang von Österreich? Ja. Digga, ich weiß nicht. Ich sag's dir so, wie es ist. Okay, deine Base ist weg. Deine Base ist weg. Hast du mich verstanden? Hey, der spawnt aber, der könnte ihn spawntrappen. Mann, ey. Ey, Hugo, du musst dir das achten. Favo. Hugo, for real. Hugo, dein Staff, die spawnt. Digga, Favo. Favo spawntrappte ihn. Digga, es macht Spaß. Geh schlafen, du Hund. Lass mal, hör mal ein bisschen for real auf. Ja, ja, chill mal, chill mal. Ey, schnell sammeln deine Items ein, Bro. Ist alles okay? Dreh dich nochmal so langsam. Digga, diese Musik. Der steht da unten. Digga, er beschwört sich selbst gerade. Warte, ich hab auch noch ein paar. Ach, Ratsch, Stein, Schalosch. Mit diesem weißen Untergrund, ne? Wie viele, Bro, Alter. Es ist an. Hugo, es ist an. Yeah, 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 yeah. Hugo, es ist an, ne? Wie glücklich er ist, dass er es geht, dass er das so zum Kopf hat. 14, 2, ist gut. Er ist aber so 7, wenn es sein Eltern ist, zeigst du mal. Das klingt wie so ein Drift. Ach, noch ein Test. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Tich, 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 tich. 4,9, 20 Meter Hüftburg hinter den Parkour. In der Auffassung, der erste Mal ausfüllt. Machen jetzt verschiedene Schäden mit richtig nice Leuten. Und zu den Regeln kommen wir jetzt sofort. Let's go. Ich fange erstmal ganz freilig an. Einmal durch diesen Wibbly Wobbly. Halt hier durch. Wibbly Wobbly. Ey, Mann, Hugo, du bist ein Chef, Alter, wirklich. Na, du gleich nicht mehr. Mach's nicht. Du hast es nicht nötig, du bist besser als das. Er schreibt was, glaube ich. Oh. Oh. Mann, Favo. Mit dem Papageikopf. Rippscheißfrosch. Ey, warum hast du nicht irgendwie so ein Ding gepickt, wo man auch das erkennt, Bro? Man kann das gar nicht lesen. Ripp, Helmut. Ja, Mann. Was ein cooler Abgang. Jetzt sind wir ganz alleine, Chirt. Wir hatten eine Tonne Spaß. Aber mit welchen Kosten. Es ist alles kaputt. Und trotzdem sieht man es kaum, weil die Base vorher auch schon scheiße aussah. Es fällt fast gar nicht auf, dass sie kaputt ist. Und rest in peace, Bro. Rest in peace, Helmut, Mann. Helmut war ein guter. Wir sehen uns zum Morgen wieder, Freunde. Man, damit wir es haben. Sayun.